Hey zusammen und was geht Jungs, Mädels? Alles gut? Ich bin ja auch super beige und ich komme mal frisch von der Schicht. Ich habe eine Shisha geköpft und ja, ich wollte auch nur erstmal ein kurzes Update geben und zwar Oh fuck, ich wollte gleich wieder die Kamera umfliegt. Kommen gerade im Moment eher weniger Videos aufgrund dessen, weil ich praktisch gerade echt viel zu tun habe gerade. Also nicht zwingend nur auf der Arbeit, sondern auch allgemein. Und ja, das ist jetzt praktisch auch so ein Infovideo dafür, dass wahrscheinlich in nächsten Wochen auch eher weniger Videos kommen, vielleicht auch nur ein, zwei, weil ich mein Laptop verkauft habe, beziehungsweise im Verkauf steht und mein PC Ende Juli kommt, geplante Stelle 29. Und ja, da wird halt praktisch jetzt halt auch so der Prozess ablaufen, dass ich jetzt immer mehr und mehr die ganzen Daten auf die Festplatte halt übertrage, damit ich auch alles habe und dass das später alles hier reibungslos funktionieren wird. Und ja, deswegen tue ich auch gerade im Moment weniger Zocken auf der Konsole. Ich habe mir auch hier für die PS5 gerade so eine M2 SSD bestellt. Die sind ja kompatibel mit denen, die muss ich auch kurz nochmal zeigen. Hier reingebaut werden. Ich habe die PS5 schon aufgemacht und zwar kommt die hier hin. Ja, und da ist das Laufwerk. Sieht ein bisschen kompliziert aus, das ist aber nicht ganz einfach und ja, gut. Das dazu und wir überlegen auch gerade im Moment, ob wir, wenn wir den PC haben, mein Laptop ist halt leider, der ist zwar schon stark, aber leider wirklich viel zu laut. Das merkt man in Aufnahmen immer, dass man immer so ein Rauschen hört. Der Normalzuschauer wird das wahrscheinlich eher weniger bemängeln, beziehungsweise merken, mich nervt da wirklich brutal und deswegen, ja, PC auf jeden Fall am Start, Ende des Monats. Und dann wird auch ordentlich mal aufgenommen und mal geschnitten, weil ich liebe Videos schneiden, wirklich, macht wirklich mega Bock jedes Mal. Und ich werde auch wahrscheinlich gleich jetzt dann, wenn ich die PS5 jetzt umgebaut habe, dass die jetzt praktisch noch eine Terabyte SSD hat, weil mein Speicher statt komplett voll, dass da jetzt auch praktisch, nachdem ich das fertig habe, das Video bearbeitet wird und vielleicht auch nächste Woche dann auch rauskommt. Wir haben dann wieder mit Josef eine GTA-Anfeuer aufgenommen, mit einem Rennen und mit einem Haze glaube ich auch noch. Müssen wir auch mal schauen, was das nochmal war. Aber ich habe mir auf jeden Fall wieder ein bisschen Mühe gegeben, weil ich habe Spaß daran. Und ja, das ist nur so zu dem Infovideo hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao. ladies chesehen, Kollegen, wir schauen, kannst ihn uns ohne Geschenk anねg.